Und ein wunderschönen guter gewünscht, heiße immer der Räumnis von MeinMathsplay. Ah cool, hat Musik nur du gehalten, ah whatever. Also nicht schlimm, die Tür neust von der Musik her verpaust. Ja komm, den hören wir nach mir. Alläng weil wir es können. Alläng weil wir es können. Alläng weil wir es können. Ja. Alläng weil wir es können. Oh mein Gott, ist er eventuell? Oh nein, ich habe noch ein Lärmnis. Juh! Für was? Die Challenge ist sehr gut. Ähm. Sie sollen in den YouTube-Kanal, oder in Let's Play-Kanal... Ah, YouTube-Let's Play-Kanal. Wenn du, ähm, irgendeinen Kanal, oder, äh... Streaming-Kanal möcht. Sich entschuldigen für diesen Regeln, wie möcht. Muss ihn eigentlich nicht zu diesen Regeln lernen. Vielleicht können die Regeln dann eigentlich aufgestalten. Also hier ist ein Grund, weil sie vielleicht schlechte Erfahrungen von... von... von anderen Leuten, die... respektive Modkulten... ...nach... ...dass... ...und das ist... 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 tut mir leid Ich hab's mal aufgezogen Hey, ich hab's mal aufgezogen Kommt Kommt hierher, seht und staunet Wir haben hier Eine kleine Ich hab's mal hier Eine kleine Attraktion errichtet Ich hab's mal hier Ich hab's mal hier Ich hab's mal hier Ach noch du, ich hab's mal komisch Ich hab's mal hier Istise manufacturers Ja, ich hab's mal qua ... ... ... Ich bin sehr strikt Das reformulär Ach, ich bin sehr ... Dann gucken wir mal, ich kann definitiv gucken... Fluggerät wel... Ah, das hört man. Wollen wir den dort hin? Ey, was ist so mega? Wer von den BB-8 könnte in Tyrock reihen? Das wäre nice! BB-8 als als Steier in Tyrock reihen. Was ist das? Hast du das schon verpasst? Das wäre cool, ich würde mal holen. Ich finde ja nicht wie ich finde BB-8, sorry. Star Wars BB-8 Dann, was ist das? BB-8 What the fuck was ich dir dann, Heuveless? Die BB-8 BB-8 Weil das hier ist eigentlich eine BB-Einheit Ähm, ja, das ist die erste BB-Einheit. Das ist anscheinend ganz speziell, also das... Das ist ein Unikat. Das ist ein Unikat. Ich habe schon mal gefreut. Ich kann zu, dass sie... äh generell am Star Wars Universum können Wookie verstorben, respektiv. So, äh, wie dann R2-D2 an BB-8 von... Ich habe schon mal gefreut. Ich weiß jetzt... Pokémon! Aus derselbe. Also, ja, muss ich sagen, ist das Unreicht. Ja, aber... Pokémon hast du jetzt auch schon gekriegt. Pika! Pika Pika! Pika Pika! Pika Pika! Pika Pika! Ja, und da könnt ihr mal, ähm, so ein kleines Star Trek nicht wofür findet das, äh... dass Pikachu eben den, äh, Jean-Luc Pika eben ein bisschen verabbildet und dann wegzieht und dann wird gekillt. Ja, und dann, äh, geschieht das. Und natürlich, dann Pikachu wird auch noch eine Pika 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 an verschiedenen Plätze sehen. Ja, also, so... ein bisschen Logiklücke und alles tatsächlich immer dran. Mit... Zinho... vielmehr respektiv... Mickey Maus und Wiesch... so nachher genannt zu haben. Das ist der Manga... das ist der Anime... Das ist der Manga... das ist der Anime... Das ist der Manga... das ist der Anime... da schweiß ich nicht. Mehr Mengen Asit noch mal... Mickey Maus und Wiesch... Pika kannst du noch mal nicht lehren... aah... trainierbar... nach Stufe... zu... du... du... wuah... LOL... ob der nächste Stufe reicht... ok... nice... ehm... aber zum Schluss... du... ähm... ok cool... nice... 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 to be... äh... Da 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 Uuuuuhhh Ich bin echt im Abkommen Ah, mal so. Genau. Und so gesmashed ist der andere Ja, ich hätte gern tatsächlich mein äh früher selbst schon Levelhöhlen drauf und gespickt Ich wäre total... Craziness von Stadt King Faehen Dann hätten wir vielleicht ein bisschen schnell ab Unterrufstufung Ich spisse Kockwurten Ich bin ein bisschen Smack Ja Ah, das tut gleich mal ein Hohowner ich bekomme noch die Steine Ich bin schon so groß Ich bin schon so groß Das ist so großartig Man könnte ja den Witzig Ich bin zufrieden Das hat man etwas geschafft Und der ausschließt natürlich amento Ich war Tex-C Cop Was ist das? Dass ich das in Freio nehm' schaue. Ich hab ja auch zu solch von Grund kurz kurz geguckt. Voll hat uns schon wieder geguckt, ähm... Ja, die Videos sind auch fertig geguckt. Aber was das neueste geht, das wir nicht mehr fühlen. Was ist das mit so... Ich will immer so viel zu sehen, dass wir mega sind. Somit ist ja... Ferdig von Grund, wo wir noch ein bisschen mehr von uns sind. Aber, ja... Das... Sorgt hart in der Zeit! Ganz hart in der Zeit, saugt das! Unverstanden! Ja, Mann! Wo soll ich gerade aufhören? Läuft dann... Ja, Piager ist da schon lange rüber! Hä? Wo bist du dann? Läuft da aktuell noch den netten Flash together? Wollen wir mal zu ihr? Nummer 2, also so ist das gleiche 15 Follgen Und dann war's für Asalie von 2.0 Der richtige Asalie von 2.0 Und dann war's... 2-mal zu plaschen nach... 14 Follgen Soll ich den kleinen Trailer dazu gedreht Und dann wieder nach... Outtake Und dann war's für mich gerade losse... Ich hab's gestattiert schon... Nein! Asalie Nein! Bitte, was hast du... 1, 2, 3... Wie gesagt, der Feuerfeld-Mount! Das ist so viel und ähm... Ehm... Sag mal nur, ähm! Obwohl 4... 4... 4... 4... 4... 5... Wären 3-Main-Tür gewirrst. Bei der Feuer-Main-Tür! What the fuck?! Wenn ich realisieren da halt werde, dann habe ich 3-Main-Tür gewirrst. Was? Ja, ja, ja. Oh! Wenn ich einen coolen Attack bebringe, da bin ich gestumpt und in der Brache. Sieht so asozialt wieder. Okay, das hier noch tun, nur zum Schluss. Ich hab schon gar schon das hier gefunden. Wie gesagt, wenn wir fixen, wir werden GST gewischt, wir zählern dabei nicht. Wie das eigentlich dabei kommt. Ich muss einfach gehen. Weil die Story ist zwar zählwisch vom republikanischen Standpunkt wie vom imperialen Standpunkt, aber es ist eigentlich gut. Nein, es ist eigentlich so, dass es immer derzeit wird. Eben, just. Und der Lusers Feuer. Wow. Realistisch. Eben, just hat in sich ein paar andere Personagen geändert. Ich werde... Ich werde... Anordnungen gehen. Aber das war doch noch. Schalt auf hier einfach eine normale Gruppe draus. What the fuck, ich werde schon dreimal gestört. Das wäre eine Tour gerne. Ja? Auf dem Aduina weiter. Jo, ich gib schon ein... Dann hat man auch schon was gemacht wie das. Kommen Sie mal auf die Spanze mit, warum. Tschüss, kurz.